Ja, absolut. Ich habe damit gerechnet und ich war auch bereit dafür, wie ich gesagt habe. Und wenn du sagst, es hat zur Krone nicht gereicht, die Krone hat immer der Dschungel auf, die Natur. Und deswegen habe ich auch die Nachricht bekommen, dass ich sie gar nicht zurückerobern muss, weil der Dschungel, die Natur, immer die wahre Königin Mutter ist. Jetzt freue ich mich wirklich einfach so auf die Freiheit, auf meine Mama anzurufen, meine Großeltern anzurufen, meine besten Freunde und jetzt bin ich erst mal präsent im Jetzt und versuche alles zu verarbeiten.